Im PhysioCare Center Deleur in Einsiedeln dreht sich alles um den gesunden Körper und den Weg dahin. Als Dienstleister in den Bereichen Therapie, Gesundheit, Prävention, Fitness und Sport finden Sie bei uns fachliche Kompetenz, gepaart mit langjähriger Erfahrung. Möchten Sie sich nach einer Verletzung wieder auf Vordermann bringen? Durch die Kombination von Physiotherapie und medizinischer Trainingstherapie bieten die Gründer des PhysioCare Centers Peter und Rien Deleur zusammen mit einem hochqualifizierten Team qualitative Therapie an. Sie möchten sich fit halten? Pfunde verlieren? Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit verbessern? Allein oder in der Gruppe? In einem persönlichen Gespräch und anhand von modernen Tests wird gemeinsam ein individualisiertes Fitnessprogramm erstellt, damit Sie Ihre persönlichen Ziele erreichen. Mit kompetenter Beratung und Betreuung sowie hoher Sicherheit und Flexibilität im Angebot erfüllt unser Aktivcenter die QualiTop-Richtlinien. So sparen Sie jährlich Beiträge. Möchten Sie sich optimal auf einen Wettkampf vorbereiten oder Ihren physischen Standort bestimmen? Wir sind spezialisiert auf Leistungsdiagnostik und Trainingsberatung für Leistungssportler, aber auch für ambitionierte Freizeitsportler. Das PhysioCare Center Deleur ist Ihr Begleiter in eine gesunde und vitale Zukunft.